Heute, wir wollen heute versuchen, mit dem Supersprung von GTA 5 auf dem Kran runter zu springen. Das wird heute etwas lustig. Also, wir machen Epic-Fails heute. Viel Spaß! Da sieht sie gerade, wie mein Freund da raufklettert mit seinem Arsch, den man sieht. Der ist halt behindert ein bisschen. Wir sind gerade in der Winterzeit. Und ja. Der ist hoch, wie hoch geht es noch? Höher als ein Meter. Ich bin schon sofort da. Also, ich sehe gar nichts. Man sieht nur den Arsch. Oh, hoch habe ich noch. Wie hoch noch? So, hüpf! Jetzt bin ich dran. Da steht, Gefecht außer. Warte, hier, nimm. Wer futzt hier? Wer futzt hier? Wer futzt hier? Schau, Franklin. Fetzer, Guida. Warte, wo ist der Supersprung? Ähm, wo ist der Supersprung? Hörst, warum passiert das dauernd? Hörst, sie soll aufhören. Hörst, sie soll aufhören. Hörst, sie soll aufhören. Man warte ein Fatschen-Cheap. Hörst, sie soll aufhören. Oh, vollidiot. Aufpassen, ich bin auch der Bus. Ich zeig euch ein, die ganze... Schau, schau. Hast du den Finger auch? Urschöne Kratzer. Komm, fahr zu klein. Weißt du den Cheat auswendig von Supersprung? Ja. Warte, ich muss ein paar Leute überfahren, okay? So, macht mir mehr Spaß. Ich kriege Respekt. Ich flage. Ja, Sandler, was machst du da? Schau, ich renne gleich weg, wenn ich das Kübel wegkriege. Ich nehme diesen Motorrad. Soll ich in die Garage stellen? Ja. Ich stelle in die Garage. In die Garage. Ihr seht halt, mein Haus ist in Finnburg. Oder mein Freund nennt. Und ja, ähm, wir nehmen das Bike heute mit zu meinem Hund. Und ja. Hier ist der scheiß Zeiger. Und gleich mache ich den Crash walten. Wo haben wir uns? Zwei Kilometer. Schau, ich guck aus. Du guckst mir das mit rein. Ich kann es jetzt nicht wirklich schneller zeigen. Das ist der Kran, da fahren wir dann auch irgendwie mit dem Taxi. Nein, der Kran war eh da. Ja, wir bringen das Bike schnell nach Hause. Nein. Warte, das brauche ich für den Bike-A-Club. Nein. Aber dann weißt du vielleicht nicht mehr, wo der Kran ist, du mein Kind. Ich weiß eh. Ich muss einfach nur runterfahren, fertig. Heißt, wie viel kmh fahrt der? Fahrt der 1 kmh? Heißt du, wie schnell der Mofi fahrt? Nur wie kein Mofi fahrt. Er fahrt noch nicht. Er fahrt 1 kmh. Und er braucht 100 Sprit pro Tag. Die ganzen Sprit also. BG-U-P. Er hat schneller als ich fahrt. Auf wie viel P machen wir es? Wie viel P ist er? Nein. Auf wie viel P auf 720p? Ich meine die Grafik. Ach so, ja, ja. Äh, ich weiß nicht. Da, schau. Das haben wir uns so eine iFroad-App installiert. Da haben wir ein eigenes Kind zeigen gemacht. Da steht halt unser Polizeiauto. Ja. Ähm. Darf ich es euch mal zeigen? Dieses haben wir gemacht. Und dieses. Ich weiß. Ähm. Wollen wir aber tatsächlich. Ja. Machen wir kaputt. Ich lieb mein Auto. Jo, das Video läuft schon 5 Minuten. Ich weiß. Lass es. Ja. Ich fahr zum Kran. Die Nachbarn haben so ein kleines Auto. Warte, ich mach es kaputt. Oh. Wie war es denn? Was heißt, warum tut er randalieren? Meister ist besser. Soll ich aufstechen? Nein, mit Katzen. So, ein schönes Wasser mal drüber, soll ich nicht fahren davon machen? Ich muss nicht fahren davon machen. Vom Auto. Nein, ich muss so an der Straße lang. So machen wir es, oder? So. Und wenn ein Auto kommt, schießen wir das drauf. Und ja, das ist halt unser geiler Trick, ey. So, eine scheiß Waffe nehmen. Kommt ein Auto. Heute Morgen, kommt ein Auto. Ich darf jetzt nicht schießen. Schieß lieber nicht. Ich fahr lieber weiter. Soll ich das Auto mitnehmen? Geil, Auto ist offen. Nimm das Auto und dann schieß jetzt auf die... Was, der soll also das Dach aufmachen? Nicht so viel Schmuck gefahren. So, Dach geht auf. Schwanz geht auch auf. Wie lange soll das Video noch laufen? Länger. Komm, fahr jetzt zum Kran. Ja, fahr ich nicht. Wieso? Weißt du, warum fahrt ihr so langsam? Ach, ich die Scheiße reifen. Ach, ich die Scheiße reifen, ey. Boah, ich tue mir immer mit Limousine schicken, Alter. Dauert mir zu lang. So, stimmt. Scheiße. Ich furcht bei dem Weg. Ich komm nicht mal durch. Oh Gott, du Crash. Mach mal Crash. Mach mal Crash. Mach mal Crash. Hey, hast du, ich komm gar nicht ruhig? Das ist schon schrecklich so nach hinten. Was hupst du? Tapebox brauchst du einfach über deine Watschen? Was hupst du? Tapebox brauchst du einfach über deine Watschen? Ja, lass mal so. Ich kann doch eh gut fahren. Nein. Ja. Hat der Hilfe? Jetzt. Was hupst du? Tape. 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 Ich muss rein. Brauchst du mein Finger in dein Watschen? Ha, ha. Hast du dich erschreckt? Pass auf. Ja. Ich bin immer unschnell gefangen, gell? Wo ich da war? Ich bin unschnell gefangen und dann habe ich es über Fahnen aus Versehen. Ich habe es nicht gesehen. Oh Mann, ich muss schon gucken. Ich mache jetzt ein Epic Fail, okay? Warte. Jetzt mache ich Scheiße. Wo ist der Kran? Ja, es bleibt chillig. Chill ein bisschen dein Leben. Da ist der Kran. Warte, die bauen ein Haus rein. Wuhu. Oh, Scheiße. Aktiviert deinen Supersprung. Wie? Ich habe jeden Supersprung. Hui. Hast du sie von GTA San Andreas vor ein Haus? Ja, komm. Kennst du den Sheet von? Nein. Ernsthaft? Kennst du ihn nicht? Du kennst ihn nicht? Auswendig nicht. Warte. Warte. Egal. Kennst du Motorrad zieht auswendig? Nein. Limousine zieht? Nein. Warte mal. Was? Ich sag dir was. Na, mach mal nicht Limousine. Was? 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 Ja, warum schicke ich mit der Leiter? Wenn du vom Kran runter ziehst? Ich bin da runter. Ich bin da runter zu bringen. Alter, schon wie hoch. So hier einst das Haus. Alter, schon wie hoch dieses Haus ist. Darf ich ihn auch fischer? Ja. Links. Stell dir vor, da kann man rein. Man muss nur diese scheiß Tür aufmachen. Sich einbrauchen. Hey, du hübsche Scheißbastard. Boah. Ich muss da hin. Warte. Was ist das für ein Arschloch? Was ist das bitte für ein Arschloch? Ich lass es bis zum Krankenhaus dann ist Ende. Ist das für ein Arschloch, ey? Nee, ich habe einen Hund gefurzt. Was schaust du so fett, sag? Was ist das für ein Arschloch? Das ist das für ein Arschloch. Das ist das für ein Arschloch. Vielen Dank.